Und den Zettel steckst du unter das dritte Waschbecken von links. Okay, mach ich. Einstein, du weißt, der Mathe-Test ist lebenswichtig für mich. Wenn, ich weiß, Olli, drittes Waschbecken von links. Versprochen. Albert Neumann ist klein und ein bisschen dick. Aber in Mathematik und am Computer ist er ein Genie. In der Klasse 8b nennen ihn deshalb alle Einstein. Olli ist sein bester Freund. Olli ist in der Schule nicht so gut. Sein größtes Problem ist Mathe. Er hat keine Zeit für die Schule. Er hat einfach zu viele Hobbys. Komm, es ist gleich 8. Die Klasse 8b schreibt heute einen Mathe-Test. Für Olli ist der Test sehr wichtig. Wenn er eine schlechte Note schreibt, muss er die Klasse vielleicht wiederholen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wenn ihr in den letzten Wochen aufgepasst habt, könnt ihr die Aufgaben spielend lösen. Herr Schmidt unterrichtet Mathematik und Biologie. Er sieht ein bisschen komisch aus, wenig Haare, aber lang. Manchmal trägt er einen Bart. Herr Schmidt liebt Popkonzerte und einige Schüler aus der Klasse 7b sind ihm schon mal auf Konzerten begegnet. Ihr Lehrer in Jeans, Hawaii-Hemd und Cowboy-Stiefeln. Aber das macht nichts. Herr Schmidt ist sehr nett und die Schüler mögen ihn. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt, die Tests von Herrn Schmidt sind immer fair, flüstert Einstein Olli. Zu? Ja, ja. Aber es bleibt trotzdem dabei. So, ich verteile jetzt die Aufgaben. Und dann habt ihr 40 Minuten Zeit. Viel Glück! Herr Schmidt verteilt die Aufgabenblätter. Dann setzt er sich ans Pult und liest eine Musikzeitschrift. Nach etwa 20 Minuten meldet sich Einstein. Entschuldigung, Herr Schmidt, kann ich mal auf die Toilette? Albert, bist du schon fertig? Na, von mir aus. Einstein geht zum Pult und gibt seinen Test ab. Die Mitschüler schauen neidisch. Dann geht er aus dem Klassenzimmer. Zur Toilette. Eins, zwei, drei. Hier. Einstein zählt die Waschbecken. Unter dem dritten Waschbecken versteckt er einen Zettel mit allen Lösungen vom Mathe-Test. Er wäscht sich die Hände und im Spiegel sieht er, wie jemand die Toilettentür aufreißt und in eine Kabine rennt. Die Person murmelt immer diese Aufregung bei Tests. Einstein geht zurück ins Klassenzimmer. Im Vorbeigehen nickt er kurz zu Olli. Ein paar Minuten später kommt auch Sascha zurück ins Klassenzimmer. Wo war der denn? Einstein wundert sich ein bisschen. Normalerweise darf nur einer raus. Herr Schmidt, ich muss auch mal. Die Klasse 8b schaut zu Olli und lacht. Aber beeil dich bitte. Es sind nur noch 10 Minuten Zeit. Danke, ruft Olli und flitzt aus dem Klassenzimmer. Die Minuten vergehen. Nervös sieht Einstein auf die Uhr. Endlich kommt Olli zurück. Er geht an der Bank vorbei und sieht Einstein nicht an. Kapitel 2 Und? Hat alles geklappt? Olli packt seine Sachen und reagiert nicht. Olli! Hey Olli! Warte mal! Einstein ruft, aber Olli geht schnell aus dem Klassenzimmer und dreht sich nicht mal um. Was hat der denn? Fragt Moon. Keine Ahnung, sagt Einstein und blickt Olli ratlos hinterher. Moon heißt eigentlich Carla Nowak. Aber weil ihr Gesicht rund ist wie der Mond, nennen ihre Freunde aus der Klasse 8b sie Moon. Sie ruft Olli, Freunden gibt man eine Antwort, ruft Moon. Da bleibt Olli stehen, dreht sich um und sagt Freunden schon, aber der Typ neben dir, der ist kein Freund. Dann geht er in den Pausenhof. Oje, was hast du ihm denn getan? Keine Ahnung, ich habe mich beim Test extra beeilt, damit ich... Ach, deshalb die Invasion auf der Herrentoilette. Klar, alter Trick, aber diesmal hat er wohl nicht funktioniert. Das verstehe ich nicht. Ich rede mit ihm. Einstein holt sein Pausenbrot aus der Schultasche und geht aus dem Klassenzimmer. Olli ist stinksauer und man sieht es. Er hat die Hände tief in den Hosentaschen und geht mit finsterer Miene über den Pausenhof. In einer Ecke stehen Jessica und Sascha. Jessica ist die Größte in der Klasse 8b. Sie ist gut in der Schule, reitet gern und sie mag Olli. Sehr sogar. Sascha ist neu in der Klasse 8b. Er heißt Alexander Kiesling. Aber er hat sich gleich allen Mitschülern als Sascha vorges. Seine Eltern scheinen ziemlich reich zu sein. Jedenfalls trägt Sascha die teuersten Klamotten in der Klasse. Er ist höflich und großzügig. Und vor allem die Mädchen in der 8b mögen ihn. Und Olli, alles klar? Hast du den Test geschafft? Ach, hör auf. Ich will nicht mehr daran denken. Ich glaube, den habe ich total vergeigt. Kommt, darauf trinken wir, lacht Sascha und zieht aus seinem Rucksack drei Flaschen Cola. Eine gibt der Jessica, die andere Olli und die dritte öffnet er für sich selbst. Danke, Sascha. Na dann, Prost. Die drei stoßen an. Und wir müssen morgen bitte Englisch lernen, Jessica. Die Englischnote ist meine letzte Hoffnung. Dann sieht Olli, dass Einstein kommt. Oh nee, was will der denn hier? Das ist echt zu viel. Ich verschwinde lieber. Olli geht schnell weg. Kapitel 3 Na, großer Meister der Zahlen. Mann, warst du schnell beim Mathe-Test. Respekt. Was ist denn mit Olli los? Tja, irgendwie habt ihr beide ein Problem, oder? Jessica sieht Einstein an. Sie ist sehr ernst. Ich dachte, ihr seid Freunde. Du weißt doch, wie wichtig der Mathe-Test für ihn ist. Was soll das, Jessica? Warum schimpfst du mich denn so? Natürlich sind wir Freunde und ich habe extra... Streitet euch doch nicht. Olli erholt sich schon wieder. Möchte jemand was Süßes? Sascha wühlt in seinem Rucksack und holt ein paar Schokoriegel heraus. Bitte. Nein, danke. Ich suche jetzt lieber mal Olli. Aber du nimmst einen oder lieber Kaugummi. Du hast ja einen halben Kiosk in deinem Rucksack. Das ist ganz normal. Ich mag Süßigkeiten und du weißt ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Jessica nimmt einen Schokoriegel und lacht. Wie war eigentlich dein Mathe-Test, Sascha? Och, kein Problem. Weißt du, an unserer alten Schule waren wir schon viel weiter im Stoff. Für mich war der leicht. Aber um Olli mache ich mir echt Sorgen. Wirklich? Du kennst ihn doch noch gar nicht. Nein, aber er ist ein cooler Typ. Und es wäre schade, wenn er nächstes Jahr nicht mehr in unserer Klasse wäre. Deshalb lernen wir ja zusammen für den Englisch-Test. Du hast ja gehört. Seine letzte Chance. Piep, 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 mein Handy. Oh, eine SMS von Olli. Wir treffen uns morgen um vier. Hast du vorher noch Zeit für mich? Wieso? Soll ich mit dir auch Englisch lernen? Nein, du magst doch Pferde und reitest gern. Und meine Eltern möchten ein Pferd kaufen. Da bist du ja. Was ist denn los mit dir? Warum, Mann, lass mich in Ruhe, du Feigling-Neun. Olli, bitte hast du mich nicht verstanden. Hau ab! Einstein nimmt sein Rad und geht aus dem Fahrradkeller. Er schaut zurück. Olli blickt ihm wütend nach. Kapitel 4 Am nächsten Tag. Wow, der ist ja geil, 10. Hat unser Direktor im Lotto gewonnen. Die Schule ist aus und die Schülerinnen und Schüler, die das Haus verlassen, staunen über die nagelneue schwarze Limousine, die vor dem Schulhaus steht. Auch die Klasse 8b hat Unterrichtsschluss. Olli und Jessica gehen zusammen die Treppen hinunter. Bleibt es bei 4 Uhr? Klar, Olli. Kommst du, Jessica? Wir werden schon erwartet. Ja, Moment noch, Sascha. Tschüss, Olli. Bis heute Nachmittag. Hey, wohin geht ihr beide denn? Aber Sascha zieht Jessica weg und führt sie zu dem großen Auto. Mademoiselle, 12. Sascha verbeugt sich vor Jessica. Beide steigen ein und das Auto fährt langsam ab. Mademoiselle. Zwei Jungen aus einer 6. Klasse imitieren Sascha und alle lachen. Mit Chauffeur ist kein Weg schwer, dichten andere. Alle amüsieren sich. Nur Olli nicht. Seine Jessica geht einfach weg ohne ein Wort? Olli versteht die Welt nicht mehr. Traurig läuft er zum Fahrradkeller. Hab ich was verpasst? Einstein sieht auf die leere Straße. Das kann man wohl sagen. Sascha und Jessica sind gerade in einem riesengroßen schwarzen Auto weggefahren. Und Olli? Der fand das nicht witzig. Ich finde das auch nicht witzig, Murmeth Einstein. Er sucht Mun. Unser Sohn hat schon viel über dich erzählt. Hoffentlich nur Gutes. Jessica ist etwas unsicher, aber sie lacht trotzdem. Aber natürlich, Alexander würde nie schlecht von Freunden sprechen. Sie fahren zu einem Reiterhof außerhalb der Stadt. So, wir sind da. Der Wagen parkt vor einem großen Haus. Sehr vornehm. Wir müssen jetzt zu unserem Termin. Ihr könnt euch ja schon mal die Stelle ansehen. Ich schlage vor, in einer Stunde treffen wir uns hier wieder und dann gehen wir Eis essen. Entschuldigung, Herr Kießling. Ich muss um vier Uhr zurück sein und wir wollten doch noch Pferde ansehen. Ich dachte, Sascha... Keine Sorge, Kindchen. Das schaffen wir leicht. Also bis später. Frau Kießling streichelt Jessicas Arm. Jessica geht einen Schritt zur Seite. Zwei Dinge kann sie nicht ausstehen, wenn man sie Kindchen nennt und wenn fremde Menschen sie anfassen. Komm, ich zeige dir die Stelle. Jessica gefällt der Ausflug nicht. Sie fühlt sich nicht wohl hier. Außerdem hat sie ein schlechtes Gewissen. Es war falsch, dass ich Olli nichts erzählt habe, denkt sie. Cool hier, oder? Sascha strahlt. Ich weiß nicht. Gehört das alles euch? Fragt Jessica. Nein, das hier nicht. Meine Eltern haben zwar ziemlich viel Geld, aber der Reiterhof gehört Freunden. Alles sehr teuer hier und viele Prominente aus Film und Fernsehen. Sascha geht ihr ein bisschen auf die Nerven mit seiner Angeberei. Du weißt, ich muss um vier Uhr zurück sein. Ich hab's Olli versprochen. Ja, ja, komm jetzt und vergiss den Blödmann. Kapitel 5 Olli liest die SMS zum zehnten Mal. Lieber Olli, ich glaube, ich schaffe es heute nicht. Treffen wir uns morgen? Jessica. Er ist traurig und wütend. Wütend auf sich und seine dumme Antwort. Amüsiert euch nur. Ich komme allein zurecht. Ich brauche dich nicht und niemanden. Und morgen habe ich keine Zeit. Oh. Vielleicht gibt es für alles eine ganz einfache Erklärung. Aber warum hat sie nicht gesagt, dass sie mit Sascha und seinen Eltern wegfährt? Jetzt ist sie bestimmt sauer. Im Moment läuft wirklich alles schief. Zuerst der blöde Mathe-Test. Mein bester Freund lässt mich einfach hängen und versteckt die Lösungen nicht. Obwohl er es versprochen hat. So ein Feigling. Und jetzt lässt mich Jessica auch noch im Stich. Kutschiert lieber in einem fetten Auto durch die Gegend. Mit Sascha. Und eben habe ich auch noch Moon beleidigt. Sie wollte mich doch nur zu einem Konzert einladen. Ich höre keine Babymusik. Das war nicht fair. Mann, bin ich ein Idiot. Und morgen gibt es den Test zurück. Bestimmt eine 6. Kapitel 6 Herr Schmidt gibt den Mathe-Test zurück. Oliver, deine Lösungswege sind zwar sehr umständlich, aber du hast dich wirklich bemüht. Und deshalb eine 4. Olli nimmt den Test und ist sprachlos. Eine 4. Und ganz alleine geschafft. Dabei hatte er fest mit einer 6 gerechnet. Dann ist das Schuljahr vielleicht doch gerettet? Albert, du warst einfach viel zu schnell. Warum hast du dir nicht mehr Zeit gelassen? Leichtsinnige Fehler und der Fall... Einstein spaziert über den Pausenhof. Er möchte Olli zu der Note gratulieren. Aber er sieht ihn nirgends. Er geht zu Jessica und Moon. Ich höre keine Babymusik, eins hat er gesagt. Dabei wollte ich ihn nur einladen, damit er auf andere Gedanken kommt. Aber seine Mathe-Not freut mich. Ob er das Schuljahr wohl schafft? Hallo. Habt ihr Olli gesehen? Nein. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht kauft er dir eine Cola. Die beiden Mädchen lachen. Wieso? Du hast ihm doch geholfen, oder? Hast du nicht die Lösungen auf der Toilette versteckt? Schon. Aber ihr habt doch gehört, was Herr Schmidt gesagt hat. Olli hat eigene Lösungen gefunden. Merkwürdig. Und ich habe dumme Leichtsinsfehler gemacht. Genau wie Sascha. Er hat auch dumme Leichtsinsfehler gemacht. Herr Schmidt hat auf seine Arbeit geschrieben Schade um die gute Note. Zu viele Leichtsinsfehler. Ihr müsst wissen, Sascha war an seiner alten Schule im Mathe-Stoff schon viel weiter. Er hat mit einer Eins gerechnet. Einstein hört Jessica nicht mehr zu. Er denkt an den Mathe-Test. Als er den Zettel versteckt hat, ist jemand in die Toilette gerannt und hat gesagt, immer diese Aufregung bei Tests. Klar, das war Sascha. Hat er den Lösungszettel gefunden? Ist Olli deshalb so sauer, weil kein Zettel mehr da war, als er zur Toilette gegangen ist? Einstein denkt angestrengt nach. Da bist du ja. Was willst du denn hier? Super Mathe-Note. Gratuliere. Ja. Und dann möchte ich mich entschuldigen wegen gestern. Eigentlich wollten wir nur ein Pferd ansehen. Aber dann wollte Jessica den ganzen Reiterhof anschauen und das hat gedauert und gedauert. Du weißt ja, wie Mädchen sind. Und ich dachte schon... Naja, okay. Freunde halten doch zusammen. Eigentlich ist Einstein an allem schuld. Was? Der Dicke? Er wollte mir beim Mathe-Test helfen. Aber er war wohl zu feige. Und ich war so sauer, dass ich alle beleidigt habe. Erst Jessica und dann auch noch Moon. Kannst du vielleicht Moon diesen Brief von mir geben? Im Moment ist mir das ein bisschen... Klar, kein Problem. Gib her. Ich liefere ihn ab. Diskret und zuverlässig. Kapitel 7 Liebe Moon, Es tut mir leid, dass ich so blöd war am Telefon. Ich gehe gerne mit dir ins Konzert. Wenn du noch willst. Große Entschuldigung, Olli. Sascha liest den Brief und wirft ihn in den Papierkorb neben der Turnhalle. Im gleichen Moment kommt Einstein die Treppe runter. Er sieht, dass Sascha etwas in den Papierkorb wirft. Hey Moon, warte bitte einen Moment. Was gibt es denn, Sascha? Ich habe eine Nachricht für dich. Von Olli. Ach, und warum kommt er nicht selber? Du weißt doch, unser Freund ist zur Zeit auf dem Kriegspfad. Das habe ich gemerkt. Und, was sollst du mir sagen? Sascha holt Tiefluft. Also, die Geschichte mit dem Konzert. Will Olli jetzt doch mitkommen? Nein, er kommt nicht mit. Aber ich, ich komme gerne mit. Du? Naja, wenn du willst. Meinetwegen. Ich wollte Einstein fragen, aber... Was? Den Dicken? Der... Nenn ihn nicht so. Ich glaube, ich gehe doch lieber mit Einstein. Moon ist sehr ernst. Okay, okay. Entschuldige bitte, sagt Sascha schnell. Olli radelt nach Hause. Vielleicht wird doch noch alles gut, denkt er. Mathe geschafft, ganz allein, ein neuer Freund, den Ärger mit Jessica geklärt, bei Moon entschuldigt. Jetzt bleibt nur noch der Englisch-Test. Darauf will er sich jetzt voll konzentrieren. Oh, was ist das? Einstein wartet vor Ollis Haus. Was willst du denn hier, Feigling? Ich will dich warnen. Ach, vor dir? Olli, red doch nicht so einen Quatsch. Nein, vor deinem neuen Freund Sascha. Hau ab, Einstein. Du bist doch nur eifersüchtig, weil du bald keine Freunde mehr hast. Wer will schon mit einem Feigling befreundet sein? Gut, Olli. Aber eines musst du mir noch sagen. Warum bist du so sauer auf mich? Das fragst du noch? Du hast mich im Mathe-Test total hängen lassen. Du wolltest mir die Lösungen auf der Toilette verstecken und hast dich nicht getraut. Es war dir völlig egal, ob ich wegen Mathe das Schuljahr wiederholen muss. Und das will ein Freund sein? Nein, danke. Vielleicht hat ja dein neuer Freund meinen Zettel gefunden. Jetzt reicht es, Blödmann. Verschwinde endlich, sonst... Auf jeden Fall hat dein neuer Freund etwas verloren. Einstein gibt Olli den Brief aus dem Mülleimer. Kapitel 8 So ein Mistkerl! Und ich habe ihm vertraut und ihn zu Moon geschickt. Na, warte! Halt, halt! Nichts überstürzen. Ich übernehme Moon. Sagst du Jessica Bescheid? Wir treffen uns alle um vier bei mir. Heute Nachmittag geht eigentlich nicht. Ich muss doch Englisch lernen. No problem. We'll speak only English when we meet this afternoon. Ladies and gentlemen. Welcome to our meeting. We will speak English this afternoon to help our friend Olli. He needs an extra English lesson. Eine Suggestions-FOR-Upload ergänzt Sascha. Was heißt Plot? Komplott? Die vier Freunde diskutieren. Olli ist wütend und möchte Sascha am liebsten verprügeln. Jessica findet, Sascha soll eine Chance bekommen und ihnen alles erklären. Die Unterhaltung ist nicht leicht. Sie sprechen wirklich Englisch. Ich habe eine bessere Idee. We will set a trap for him. Trap? Was heißt das? Olli, denk mal nach. Kennst du ein Wort, in dem Trap vorkommt? Klar. Trapattoni. Italienischer Fußballtrainer. Oman Olli. Ich hab's. Trapper. Hm. Ein Trapper ist ein Fallensteller. Und Trap bedeutet dann wohl Falle, oder? Super. Herr Schmidt hat recht, deine Lösungswege sind umständlich. Aber erfolgreich. Moon und Einstein sind in der Werkstatt neben dem Kaninchenstall. Und? Funktioniert sie? Ich glaube schon. Und wo willst du die Mausefalle aufstellen? Genau da, wo ich letztes Mal die Lösungen für Olli versteckt habe. Wenn Sascha den Zettel da geklaut hat, wird er in die Falle gehen. Wenn nicht, passiert ihm nichts. Klick! Hu, ganz schön heftig. Das tut bestimmt weh. Hoffentlich. Saschas miese Spiele haben auch wehgetan. Kapitel 9 Heute steckst du den Zettel aber wirklich unters Waschbecken. Ich rede nie mehr ein Wort mit dir, wenn... Ja, Olli, versprochen! Olli und Einstein gehen in das Klassenzimmer. Sascha geht hinter ihnen. Sie reden so laut, dass er sie hören kann. Die Klasse 8b schreibt den Englischtest. Nach etwa 20 Minuten meldet sich Einstein. Entschuldigung, kann ich mal auf die Toilette? Die Lehrerin nickt. Nach ein paar Minuten kommt er zurück ins Klassenzimmer. Im Vorbeigehen nickt er kurz zu Olli. Im gleichen Augenblick meldet sich Sascha. Entschuldigung, kann ich auch mal schnell auf die Toilette? Die Lehrerin nickt und er läuft aus dem Klassenzimmer. Die Minuten vergehen. Sascha kommt nicht zurück. Die Englischstunde ist fast zu Ende. Olli, du bist doch der Klassensprecher. Ja? Kannst du mal nachsehen, wo Sascha ist? Vielleicht findet er das Klo nicht. Oder er ist in die Toilette gefallen. Und ertrunken. Alle lachen und machen Witze. Da kommt Sascha ins Klassenzimmer. Er hat geweint. Seine Augen sind ganz rot. Um die rechte Hand hat er Toilettenpapier gewickelt. Zwei Finger sind ganz dick. Aua! Dem hat aber jemand heftig auf die Finger geklopft. Das heißt, sumione his given him a rep on se knuckles v, sag ich doch. The End Ende Dämpere. Der Selle